Hallo ihr Lieben da draußen an den Monitoren und an den Handys. Ich möchte euch nur mitteilen, dass mein Kanal erstmal nichts mehr machen kann, weil ich habe so viel zu tun mit meinem Mann und ich muss die ganze Pflege übernehmen und ja, da habe ich keine Zeit im Moment für. Bleib mir bitte nicht böse. Es kann ein bis zwei Monate dauern, aber ich werde meinen Kanal trotzdem offen lassen. Ich grüße euch alle ganz lieb, eure Umi Lonnie. Tschüss.